Ausgangspreis Was? Hallo! Hallo Dali! Was? Wo war's? Der ist nicht gefilmt! Ich sag ein bisschen zu Lorenz! Schnitt, Schnitt! Schnitt! Muss alles bearbeitet werden! Manchmal bleibt zwei Stunden in der Kirche! Uff! Natürlich! Hat es dir gefallen? Nein! Ich habe noch eine назыв Google Adela! Ich muss die Ziggler fangen, wenn ich da nicht mehr immer fangen. Ja, okay, das ist völlig am�ש! Das ist eine Ausgabe? Oh, eine Zijde! Eine Zijde! Ok, ganz schön! Das ist das nicht! Die Schule wurde ruhig auf die Schule gezeigt. Wo bist du denn? Wie ist sie? Wie bist du hergekommen? Wo ist dein Auto? Nächste Woche bekomme ich erst eins. Ja was eins? Polo. Und du redest mit mir? Das schneide mir alles weg. Wer mit mir redet, muss einen Ferrari haben. Aber ich bleibe immer hinaus. Wer zockt? Er hat gemeint, er kommt um 3 zu 1. Entschuldigung. Ich muss ja schon mal in die Ferrari sein. Ich muss ja schon mal in die Ferrari sein. Ja. Ich muss ja jetzt zwei, zwei. Ich muss ja heute nicht. Entschuldigung. Ich steufe. Aber wenn es nicht ist, ist es nicht. Ich habe jetzt 5 Euro in die Zigarette auch immer geschmissen. Für die Zigarette ist es für eine 2.50 wieder raus. Ist das richtig so? Das schneidet aber auch weg. Soll ja keiner verstehen. Ja, aber ich mache das neu. Die Zigarette... Aber ich mache das neu. Das ist immer lauter Buhl, make es skib. Ja, dann ist er auch okay. Ja, dann ist er auch okay. Hallo. 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 Die Batterie. Hallo. 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 Hallo.